Willkommen zurück. Eben gerade sage ich noch in der letzten Folge, ich habe meinen Rechner aufgesetzt, damit das hier besser funktioniert und jetzt eben gerade habe ich diesen Abschnitt schon mal gespielt, denn mir ist plötzlich mein Rechner mit einem Blue Screen abgeschmiert und ich weiß da in dem Fall allerdings auch warum, weil ich hier an dem blöden Kabel rangekommen bin und dann geht da mal eine Stromspitze durch, die das ganze System lahmlegt von dem Mikrofon. Das ist eher schlecht, aber ich bin hier in diesen Raum rein, hier saß eben gerade noch die Sekretärin, habe die Schränke ein bisschen leer geräumt und theoretisch könnte man hier rüber in das Zimmer noch rein und hier gibt es noch einen anderen Eingang da rein, aber wo wir hinwollen, das ist das hier, nämlich in die Astros. Genau, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich hier runterfahre auf dem Speicherstand, denn beim ersten Mal sagt sie noch irgendwas von wegen was, geht da jetzt schon hin und dann reden sie halt noch kurz über diesen Chip, den wir da zum Ausspionieren, der TF-29 implantieren sollen in die Anlage und dann ist man hier in der Zentrale der Task Force 29. Nein, ich muss sich umschauen, was ich schon gemacht habe, ist hier hinten in der Waffenkammer die Mails zu checken von der Aria, die ist hier die, ach ne, das habe ich, ah, ne, ich habe ja jetzt einen Speicherstand, Aria Argento, das ist hier die Dame, die für die Waffen zuständig ist. Komm schon. Zugriff gewährt. So, Neuropozyn von Dr. Jennifer Phillips an Aria Argento. Hallo Aria, die Lieferung ist endlich eingetroffen, ich muss weg, bevor ihre Schicht zu Ende ist, also hinterlasse ich ihnen, was sie brauchen, bevor ich gehe. Füllen Sie bitte die Dosierungsberichte auf meinem Computer aus, bevor Sie das Medikament mitnehmen. Nur für heute lautet das Passwort Neuropozyn Gen. Dann haben wir hier eine Nachricht an Peter, auch von Aria. Hallo Peter, ich habe versucht, wie von Ihnen angeordnet, den Code von meinem Tresor zu ändern, aber es funktioniert nicht. Ich habe die üblichen Schritte befolgt, aber der Code bleibt bei 2023, egal was ich eingebe. Wenn ich bestätigen will, ertönt jedes Mal ein dreifacher Piepton. Ich glaube nicht, dass ich schuld bin. Oder vielleicht doch, wer weiß. Deshalb bin ich auch für die Schusswaffen zuständig. So, Peters Antwort ist, ich habe mir Ihren Tresor angesehen und kann Sie beruhigen. Es ist nicht Ihre Schuld, es ist ein Problem mit den Schaltkreisen, das ich allerdings erst in ein paar Tagen beheben kann. Ich informiere Sie rechtzeitig. Und Sie kriegen einen goldenen Stern, weil Sie mich ernst nehmen. Endlich jemand, der begreift, warum Sicherheit bei uns ein wichtiges Thema ist. Ich weiß nicht so recht, ob das so eine gute Idee ist, in Prag Leuten goldene Sterne zu geben. Von Hans Gerber an Aria Argento. Aria, da ich weiß, dass Sie zurück in den operativen Dienst wollen, möchte ich ein paar Dinge über Mac klarstellen. Er ist ein Arschloch vor dem Herrn, das steht nicht zur Debatte. Aber, so wie ich es mitgekriegt habe, hat er eine üble Vorgeschichte mit Optis. Nicht, dass ich wüsste, worum es eigentlich ging. Natürlich gibt ihm das keinen Freibrief, dafür sich nicht wie ein anstehender Mensch zu benehmen. Aber so ist es nun mal. Arschloch beiseite, Mac ist ein Profi. Als solcher erkennt er, wie nützlich Optis im Ernstfall sein können. Die Sache ist, wenn man bedenkt, dass Prag wohl eine der Städte auf dem Planeten ist, die Optis am feindlichsten eingestellt sind, dann ist dies hier nicht der beste Ort für einen augmentierten Agenten. Es tut mir leid, dies zu sagen. Guter Typ oder nicht, die Bevölkerung wird sich in die Hose scheißen, bei dem Gedanken, dass ein komplett ausgerüsteter und gut trainierter Opti durch die Straßen läuft. Aber wenn Sie mich fragen, dann ist sein größtes Problem Jensen. Normalerweise sind die Agenten Mac untergeordnet, aber Jensen scheint da eine besondere Behandlung zu genießen. Ich mache Direktor Miller dafür verantwortlich. Mac ist schon länger hier als sonst jemand und alle schauen zu ihm auf. Er reagiert hier als Stellvertreter, selbst wenn sein Titel nicht so lautet. Daher sollte Miller aufhören, ihm ein Bein zu stellen. Und jetzt haben wir hier auch noch den Code, ne? Wollen wir das nicht hacken? Genau, 2023. Ah, das war zu schnell. Give me, give me, give me. Don't mind if I do. In das Ding hier bin ich nicht reingekommen, deshalb lasse ich das jetzt mal. Was ich noch mitnehmen kann, ist hier der Zeug aus dem Waffenschrank. Da war ich auch schon mal. Hier in die Shooting Range kommen wir noch nicht rein, da fehlt mir noch die Karte. Und ich war, ich hätte mich entschieden hier links rum zu gehen. Wo ist die Verlustmeldung vom Bahnhof? Ich weiß es. Hört mal alle her, wie ist unser Status? Wohin wollte dieser Helikopter? Ich habe drei vielversprechende Flugfelder in Katar, aber sie sind in Privatbesitzung. Man kommt nicht nah genug ran, um sie sich an zu sehen. Mein Flug besteht wahrscheinlich gerade zu 60 Prozent aus Koffein. Jede verdammte Spur, die wir verfolgen, für zu verlassenen, niedergebrannten oder zerbombten Gebäuden. Mein Gott! Satellitenaufnahmen haben drei mögliche Ziele identifiziert, aber angesichts der Straßen dort glaube ich nicht, dass unsere Flüchtigen eins davon benutzt haben. Das Wichtigste im Leben ist Geduld. Aber irgendwo hin wollten sie die Waffen bringen. Und ein bequemer Stuhl. Ich will wissen, wohin. Jetzt! Das ist so geil. Während die hier ihre Teambesprechungen machen und sie hier die Chloe aus 24 spielt, erzählt er halt irgendwelche Eidelsätze. Ich kann jetzt nicht mit Ihnen reden. Ich habe zu tun. Du stehst doch nur dumm rum. So, hier war ich auch noch drin gewesen in der IT-Abteilung. Ich werde mal versuchen, diesen Rechner zu hacken. Anomalyse festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Nein, immerhin hat das funktioniert. NSN-Serverraum von Peter Cheng an Gian-Guy Cloutier. JGC. Der neue Code ist aktiv. Ich habe Selina um Überprüfung gebeten, ob mit der Lava-Wall auch alles okay ist. Sie wird sie also bald besuchen. Oh, die Lava-Wall, die Zukunft der Firewall oder was? Und noch ein kleiner Rat. Wenn Jim dort mit Mandalay gesprochen hat, gehen sie ihm danach aus dem Weg und fragen sie ihn nicht nach seinem Privatleben aus. Sie wollen, dass er sie durch den Wolf dreht und sie sich dann für den Rest des Tages total beschissen fühlen. Cheng. Auch wieder an den Cloutier. Das ist Wahnsinn. In der letzten Woche gab es vier Versuche, unsere Firewall zu überwinden. Ja, unsere Firewall, aber nicht die Lava-Wall oder wie. Mindestens zwei davon gehen mit Sicherheit auf das Konto des Kollektivs. Und die Mitarbeiter hier nehmen angesichts dessen, was sonst noch alles passiert, die Sicherheit nicht ernst genug. Sie begreifen nicht, dass Terroristen nicht bloß Gebäude in die Luft sprengen. Also muss ich für eine Weile dem Bösen spielen. Neue Sicherheitsprotokolle, Änderungen sämtlicher Codes. Es reden sowieso alle schlecht über mich, dann kann ich Ihnen auch einen Grund dazu geben. Wieder an den. Ich habe Ihre gesamte Dokumentation über das NSN, Avatare und VR, Hacken, Kommunikation usw. auf den NSN-Computer verschoben und den Zugangscode geändert. So, da ist der Zugangscode. Diese Nachricht wurde auch automatisch erstellt. Tür, Tastencode, Feld. Ah, das ist aber lauter Codes. Warte mal, kann man das hier reingeben? Das ist auch geil, dass im Zimmer daneben dann auch die Mail ist mit dem Türcode. Das ist alles vorbildliche Sicherheitsmaßnahmen hier. Als ich das letztens gespielt habe, bin ich nämlich hier durch diesen Lüftungsschach reingegangen. Das ginge auch. Man kann hier hinten an der Treppe entlang. Ich weiß nicht, ob es dafür nochmal Punkte gibt. Nee, aber hier hinten geht es auch. Aber da ist noch ein Laptop in diesem... Oder, ja doch, ein Laptop oder Terminal ist hier auf jeden Fall noch drin und ich müsste jetzt auch das Passwort haben, oder? Nee, das war nochmal ein anderes Passwort. Wir versuchen es mal mit dem Hacken. Geht doch. Ach, guck mal hier. Die ganzen Passwörter für die Rechner. Sehr schön. Das ist doch sehr vorteilhaft. Wir wollen mal schauen, welche Terminals wir damit jetzt tatsächlich zugreifen können. Was war mit dem hier zum Beispiel? Habe ich da ein Passwort? Nee, habe ich nicht. Aber ich kann mal versuchen, es zu hacken. Habe ich noch irgendwo? Nee. Ja, gehen wir raus. So, dann... Geht's hier noch weiter? Habe ich das? Habe ich auch nicht, aber ich kann es ja mal versuchen. Das sieht aber schon ein bisschen zitterer aus. Das ist echt schräg. Von, nee, das ist der Rechter, von Ava Cook, von Elias Chicane Versicherung. Ich brauche keine Hilfe, oder? Hallo Elias, Jim hat angeordnet, dass ich mich um die Versicherung für die Werkstatt kümmern soll, bevor eine Überprüfung anberaumt wird, bei der es peinlich für uns werden dürfte. Das mit dem Brandschutz wird ein heikles Thema. Wir hielten es für hilfreich, wenn Sie aufräumen würden, damit nichts mehr herumliegt, dass Sie Probleme führen können. Erinnern Sie sich, falls Sie das nicht alleine schaffen, Ava. Ich brauche keine Hilfe, ich habe die Werkzeuge aufgeräumt und die meisten Huppen entsorgt, damit der Laden stillgelegt aussieht. Sie könnten damit auch einige Agenten der TF-29 ersetzen. Das ist wahrscheinlich hier der Pilot, unser neuer, denn die Werkstatt ist ja der Zugang zum Pilotenplatz, oder zum Landeplatz. Ursprüngliche Nachricht von Ava an Direktor James Miller, Gefahren. Hallo Jim, ich weiß, Sie wollen das wahrscheinlich nicht hören, aber es fällt Ihnen mal in meine Verantwortung, es Ihnen mitzuteilen. Unser Büro ist nicht sicher. Auf dem Boden liegen Kabel, eine Lüftung für Strom und Wasser und so weiter. Achso, Strom und Wasser und so weiter. Ich bin als Büroleiterin nicht befugt, Veränderungen und Rekaraturen anzuordnen. Ich bin sicher, Sie verstehen. Danke, Ava. Hallo Ava, ja, ich verstehe Ihre Bedenken, aber auf meiner aktuellen Prioritätsliste steht der Terrorismus dann doch über Bürohygiene und Sicherheit. Tut mir leid. Es gibt viele Dinge in diesem Büro, die ich ändern würde, aber ich werde dafür keine professionelle Reinigungskraft engagieren. Suchen Sie bis Ende der Woche einen überprüften Handwerker für die Lüftung heraus. Und was die Kabel angeht, wird eben jeder darauf achten müssen, wo er hintritt. Ja, Herr Scherz ist da eher pragmatisch. Ich habe versucht, die Leichen der Leute zu identifizieren, die den Einsatz in Dubai gesprengt haben. Dubai soll ja ziemlich heftig gewesen sein. Freut mich, dass Sie okay sind. Wissen Sie, wer in den letzten Tagen verdächtig still war? Das Kollektiv. Wissen Sie, wer gerade verdächtig, komisch rumsteht? Du. Erstmal Gaten, ja. Ich glaube, das hier ist das Zimmer von der Psychologin. Wir haben hier eine Psychologin für den ganzen Bereich. Und Dallara, genau. Jetzt hatte ich mal irgendwo was über die gelesen. Und es ist sicherlich immer eine gute Idee, den Privatrechner von einer Psychologin, der Firmenpsychologin, zu hacken. So. Das ist auch gar nicht so ohne. Das ist Level 5. Schauen wir doch mal. Wenn nicht, könnte ich hier nochmal Multitool benutzen. Oh, das wird aber, da dauert die Verstärkung ewig. Ist das denn der einzige Sicherheitspunkt? Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall die einzige Richtung, in die es geht. So, das ging jetzt aber doch sehr einfach. Okay, komisch. Manchmal wirkt es ein bisschen wahllos, wann es mal schwer ist und wann nicht. So, ursprüngliche Nachricht von Dr. Dallara Ossin oder Ossin an Ava. Erstes Treffen. Hallo Ava. Ich habe seit meiner Ankunft mit allen Außenagenten ein erstes Treffen zum Kennenlernen anberaumt. Aber bei zwei davon habe ich noch Fragen. Elias, Chikain und Adam Jensen. Kommt Chikain häufig ins Büro? Und wem untersteht Jensen? Ich dachte, es wäre MacReady. Aber als ich ihn danach gefragt habe, fiel seine Antwort ziemlich schroff aus. Vorsichtig formuliert. Danke, Dallara. Hallo, Dallara. Ihr psychologischer Instinkt ist sehr treffsicher. Sie haben sich unsere beiden berüchtigsten einsamen Wölfe ausgesucht. Vince Black ist der dritte. Chikain ist ein Einzelgänger. Er kommt nie ins Büro, nicht einmal zur Besprechung. Stattdessen erhält er seine Aufträge direkt von Direktor Miller in seiner Werkstatt oder am Helipad. Jensens Status in der Antiterroreinheit ist unklar. Technisch ist er zwar MacReady unterstellt, aber da er unser einziger orientierter Außenagent ist, zieht ihn Direktor Miller oft für Sonderaufträge ab. Mac fühlt sich übergangen und außerdem mochten er und Jensen einander noch nie besonders. Hoffentlich sehen Sie jetzt etwas klarer. Viel Glück, Ava. Das ist ganz witzig, diese ganzen Firmeninterner und wie das alles irgendwie zusammenhängt. Das ist halt wie in echt. Von Ava Cook an Dr. Dallara. Hallo Dallara, ich habe vorhin mit Jennifer gesprochen und sie hat gesagt, sie wird Ihnen den Code für den Medizinschrank geben. Beachten Sie bitte, dass bestimmte Medikamente wie SSRIs und Beta-Blocker bis zur Aufklärung der Diebstähle auf der Krankenstation nicht im Bürotresor gelagert werden, sondern an einem Ort, den nur Direktor Miller kennt. Verzeihen Sie die Unanmöglichkeiten, aber es muss sein. Ava. So, jetzt kommt hier von Cheng, der hier der IT-Spezialist ist, sehr geehrte Dr. Auxen. Willkommen bei der Taskforce. Wir haben Ihren Computer mit einem Standardpasswort eingerichtet. Personalisieren Sie es bitte so schnell wie möglich. Passwort, blablabla. Falls Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie mich. Und dann ist hier von Dr. Jennifer Phillips an Dr. Dallara Auxen. Oder wie, worüber die ausgesprochen wird, keine Ahnung. Sehr geehrte Frau Doktor, willkommen bei der Taskforce 29. Es ist schön, dass Sie sich von nun an mit mir um einige der einzigartigen Persönlichkeiten kümmern werden, die wir hier haben. Ich freue mich wirklich auf unsere Zusammenarbeit. Ich muss Ihnen einiges erklären, was die Krankenstation und den Zugriff auf Medikamente und Vorräte angeht. Besuchen Sie mich, sobald Sie sich eingerichtet haben. Dann trinken wir zusammen einen Kaffee. Oh, ich habe einen Praxispunkt zur Verfügung. Wollen wir doch mal ein, was könnten wir den denn integrieren? Wir hätten jetzt hier noch die Steuerung für Geschütze und dann später für Roboter. Brauchen wir jetzt vielleicht an der Stelle noch nicht. Vielleicht sollte ich das Heckenverstärken noch nehmen. Den Hecken brauche ich halt schon immer mal wieder. Das habe ich alles. Was ist das jetzt hier noch? Das ist Blitzunterdrückung. Ach, das brauche ich nicht. Das ist, dass man nicht geblendet wird. Aber mein Gott. Radar benutze ich ja nicht. Lasse ich mir nicht anzeigen. Entschuldigung. Was haben wir hier noch? Hier haben wir geräuschlose Fortbewegungen bei Gehen und Laufen. Da muss man halt nicht mehr schleichen. Das würde einen Praxispunkt kosten. Brauche ich jetzt, glaube ich, aber noch nicht. Dann haben wir das mit dem Icarus Landessystem. Entschuldigung, irgendwie habe ich jetzt ein Kloß um den Hals. Icarus Landessystem kostet allerdings zwei Praxispunkte. Würde ich jetzt auch noch nicht unbedingt brauchen. Quicksilver Reflexbooster. Was machen die denn? Da braucht man auch zwei Punkte für. Ich glaube, das sind alles so Kampfdinger. Die brauche ich jetzt noch nicht wirklich. Das Tarn-Ding wäre später mal irgendwie was Spannendes. Aber ich glaube, jetzt für die Anfangsphase alles nicht so wild. Dann haben wir hier die grundsätzlichen ein bisschen Gesundheitssachen und so. Da würde ich aber vielleicht jetzt sogar eher in die Dings gehen, oder? In die Batterie. Oder gehe ich erstmal praktisch noch in die... Ah, schwierig. In das Hacken. Batterie werden halt so ein paar grundlegende Sachen, die man verbessern könnte. Aber weißt du was? Ich bleibe jetzt erstmal noch kurz beim Hacken, damit wir das irgendwie vollständig haben. Hier diese Leader-Markierung, die brauche ich auch nicht, weil ich die auch nicht benutze. Zumindest noch nicht. Vielleicht später irgendwann mal, aber erstmal noch nicht. Ich würde sagen, pass auf, wir holen uns das jetzt hier. Zack. Jetzt ist die Verstärkung ein bisschen besser. Hat man bessere Chancen beim Hacken. Das kann ja nicht schaden. So, hier ist Forensic. Dr. Daniel Fletcher sitzt hier. Beziehungsweise, Doktor ist gar nicht dran an seinem Titel. Obwohl ich glaube... Verdammt. Ich glaube, er ist ein Doktor. Ich glaube, er hat irgendwie einen Doktortitel. Denn hier um die Ecke ist noch sein Büro. Und da kann man hier mal den Computer hacken. Genau, hier ist zum Beispiel ein Doktor. Ich würde doch sagen, irgendwie kann man das doch ganz hören. Wenn wir es schon soweit gebracht haben, dann können wir uns hier auch den Transfer holen. Danke. Und... Die lange böse Weile von einem Verlagshaus. Sehr geehrter Mr. Fletcher, wir bedanken uns für die Zusendung Ihres Kriminalromans Die lange böse Weile. Ihr Stil ist interessant, wenn auch etwas grob. Aber der Inhalt entspricht überhaupt nicht unserem Portfolio. Und ganz ehrlich, wir halten einige der beschriebenen Situationen nicht im geringsten für plausibel. Wir verzichten daher zum jetzigen Zeitpunkt auf weiteren Kontakt. Ruzika Bahnhof von Debbie und Daniel. Hallo Smiley, einer meiner Freunde bei der Staatspolizei hat ein Gerücht über Sie gehört. Ich denke, Sie wissen, welches ich meine. Ich werde es für mich behalten, weil mich Ihr Privatleben nichts angeht. Aber wenn die Beziehungen zwischen uns und der Polizei wegen Ihnen noch schlechter werden, muss ich Müller informieren. Falls Sie Fragen haben, können Sie mich gerne besuchen, Debbie. Hallo Sonja, noch frei fürs Mittagessen. Ich arbeite zwar gerade an einem großen Fall, aber für die Englischstunde habe ich immer Zeit. Ich warte, Smiley. Hallo Smiley, ja, natürlich bin ich noch frei. Wir treffen uns dort, Sonja. Was hat er denn für ein düsteres Geheimnis? Ist das oft gehackt? Funktioniert. Breach-Software und Zubehörteile. Dann haben wir die Forensic jetzt auch leergeräumt. Hier ist die Damen-Toilette, da gehen wir nicht rein. Das sind wir ja aus Deus Ex 1. Auf die Damen-Toilette geht man nicht, sonst kriegt man Anschluss vom Chef. Das ist gar nicht gut. Jetzt haben wir hier. Jetzt gucken. Ich sehe die Einsammelobjekte schon. Auch jetzt durch die Sicht. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das schon aktiv habe oder nicht. Aber doch. Es ist aktiv. Ich habe nur nicht so wahnsinnig viel Batterie. Aber immerhin, diese Grundbatterie lädt sich ja wieder auf. Das wird es nützlich. Hier noch irgendwas, wo man durchbrechen kann oder so. Aber hier lag, glaube ich, gerade was auf dem Boden oder so. War hier nicht was? Hier liegt was. Achso, eine Zeitung. Schön. Geil, wenn dann diese Zeitungen halt so richtig Technologie sind. Also so Pads sind. Und die ja trotzdem einfach irgendwo hingeschmissen werden. Wunderbar. So, hier ist die Krankenstation. Was ist denn Frau Doktor? Ist der Doktor in... War hier irgendwas? Nö. Ist er? Es gibt irgendwo in dieser Stadt in der Kanalisation ein Mafia-Casino. Jetzt habe ich wirklich alles gehört. So, kann sich hier wieder hinlegen. Noch was zu erzählen? Stellen Sie sich vor, Sie sind Leutnant einer Mafia-Familie. Und Ihr Boss schickt Sie in die Kanalisation. Da wären Sie doch mächtig sauer, oder? Stellen Sie sich vor, Sie sind Leutnant einer Mafia-Familie. Und Ihr Boss schickt Sie in die Kanalisation. Da wären Sie doch mächtig sauer, oder? Da ist durchaus was dran. Hier saß aber bei dem Koller oder Koller... Bei dem sah es aber ein bisschen zugemügelter aus. Der hatte aber auch mehr Arme da rumliegen. Die ist ja so rumhängig. Die hingen ja bei dem. Decken. Wie ist der Koller? Der Kip, von dem wir unsere Augmentierung bekommen haben. Beziehungsweise der, die repariert hatte. Der dann auch die anderen gefunden hat. Soll ich mal den aufhecken? Ach, hier haben wir sogar... ...das Passwort. Zack, stimmt. Das hatte uns ja... ...die Mail bei dem Rechner von der Ava... ...geholfen. Da mache ich jetzt schon wieder Schluck auf. Also irgendwie meine Körperfunktionen rasten aus. Hallo Jen. Nächste Woche kommt, bekommt die TF29 eine Psychologin, Dr. Delara aus Sen. Sie wird die TF29 Mitarbeiter psychologisch betreuen, Profile besonders interessanter Personen erstellen und uns bei Geiselverhandlungen unterstützen. Wenn sie ankommt, wäre es schön, wenn sie ihr die Krankenstation zeigen und alles erklären könnten, was sie wissen muss. Danke, Jim. Danke, Jim. So, jetzt sind wir hier. Uh, ich habe schon Belohnung Meisterverbrecher, weil ich hier eingerochen bin. Hier noch eine Energiezelle nehme ich doch... ...nehme ich ihn gerne ab. So krass, also dieses... ...wie vollgepackt das einfach alles ist. Äh, von Delara an Dr... Ah, nee, das ist... Hä, nee, das ist für sie. Von Dr... ...Jennifer Phillips. Dr. Sen. Die neuen Medikamente sind endlich eingetroffen, einschließlich der Neuro-Prozyn-Ration. Unsere Agenten, ich habe Ihnen vollen Zugang zur Krankenstation erteilt. Der Code lautet 4822. Folgendes sollten Sie dabei beachten. Aria Argento erhält aufgrund ihres Gewichts und ihres Geschlechts eine höhere Neuro-Prozyn-Dosis als laut Standard-Empfehlung vorgesehen. War die jetzt so... Ich sah jetzt auf dem Bild gar nicht so füllig aus. Trotz mehrmaliger Aufforderungen ihrerseits hat Adam Jensen seine empfohlene Dosis noch nicht abgeholt. Ich kann nur vermuten, dass er auf einen externen Lieferanten zurückgreift, da er keinerlei Ausfallerscheinungen zeigt. Aber egal, woher sein Neuro-Prozyn bezieht. Wir können nur hoffen, dass es sauber ist. Da das Vertrauen in unsere Arbeit für die Sicherheit unserer augmentierten Agenten entscheidend ist, sollten Sie ihn vielleicht bei Gelegenheit darauf ansprechen. Ich glaube, Jensen hat ja keine... Er braucht das Zeug ja nicht. Also er hat ja keine Probleme damit. Ach, guck mal, man hätte auch von oben reingekonnt, dass er der Code hier drin versteckt. Oder ist das der Code für das Terminal? Ach ne, es war der Code für das Terminal. Im Moment, den gab es nochmal woanders, glaube ich. Aber ist egal. Dann kannst du mal reingekommen. Freischalten. Und ein Dreieck und das Zeug. Schön teuer. So, dann können wir ja schon mal hier oben lang. Ohne mal das was. Pyramid. Ohne, das ist hier nur so ein kleiner Seitengang, dass man da reinkommt. Glaube, dann haben wir hier unten aber alles an. Ne, die Security Cells noch nicht. Kann ich irgendwas machen? Das ist doch krass, das Display. Das ist der Wahnsinn. Voll, voll gefüllt. Also es ist alles da. Irre. Kann ich hier was machen? Hack, hack the planet. Ich glaube, es ist doch nichts. Können wir mal gucken, wer hier im Knast sitzt. Wer auch immer das ist. Wer auch immer das ist. UN-Resolution 3507, 2029, der Sicherheitsrat stellt fest, dass die Trennung und Diskriminierung von augmentierten Menschen sowie Konflikte im Zusammenhang mit deren Status eine klare und anhaltende Gefahr für den Frieden und die Stabilität auf der Welt darstellen. Unterstreicht die Bedeutung, die er dem Respekt vor Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle unabhängig von Augmentierungen beimisst und lässt im Einklang mit Kapitel 7 der überarbeiteten Charter der Vereinten Nationen daher folgende Resolution. Erstens. Die verpflichtende Verwendung des von der Taeyong Medical Corporation entwickelten Dämpfungsschips für alle augmentierten Personen wird autorisiert. Zweitens. Alle Mitgliedstaaten haben Sorge zu tragen, dass ihre augmentierten Bürger innerhalb von 24 Monaten nach dem Inkrafttreten dieser Resolution entsprechend behandelt werden und ihnen die nötigen rechtlichen Unterlagen ausgehändigt werden, um dies nachzuweisen. Und nachzuweisen. Drittens. Alle Mitgliedstaaten haben die Befugnis, ihre Bevölkerung vor jenen augmentierten Personen zu schützen, die die Implantation des Chips verweigern, indem sie diese Personen in sichere, geschützte, getrennte Viertel und oder Wohnanlagen verbringen, die permanent überwacht werden. Viertens. Die Regierungen der Mitgliedstaaten sind angehalten, derzeitige Gesetze und Vorschriften schrittweise auszusetzen, auslaufen zu lassen, die die Rechte augmentierter Personen beschränken, wenn diese die Implantation des Chips nachweisen können. Dies gilt beispielsweise für das Recht der Grenzüberschreitung sowie der Aufnahme einer Arbeit bzw. des Dienstes für nationale oder internationale Organisationen. Die UN-Beobachter sind über diese Prozesse auf dem Laufenden zu halten. Fünftens. Der Sicherheitsrat bleibt aktiv mit der Angelegenheit befasst. Ja, da sind garantiert keine Schlupflöcher halt drinne. Die Casuzin kommen wir noch nicht rein. Vielleicht werden wir später auch irgendwie nochmal hingeschickt. Machen wir mal. So, wir schauen uns mal die Haupthalle noch an. Was denn hier noch schön ist. Es ist nicht leicht, die Überwachungsvideos vom Bahnhof zusammenzusetzen. Einige sind beschädigt, allerdings nicht durch Gewalteinwirkungen. Uns stehen dunkle Zeiten bevor und jede Menge Überstunden. Singh und ich haben eben über die Vor- und Nachteile seiner Rückkehr gesprochen. Was für ein Mann. Uns stehen dunkle Zeiten bevor und jede Menge Überstunden. In den letzten beiden Tagen ist der Internet-Traffic in Prag um 73% gestiegen. Okay, das ist ganz schön viel. Ja, da habe ich den Zugang mit beiden geholt von Direktor James Miller an Mary White. Hallo Mary, ich brauche mehr Analysten für den Bombenanschlag. Wir haben wegen Dubai in die andere Richtung gesehen als passiert und unsere Fortschritte sind seitdem inakzeptabel langsam. Wo immer sie bei ihrem Bericht über Dubai gerade sind, brechen sie ab und schicken sie ihn mir innerhalb der nächsten halben Stunde. Und dann sehen sie sich jeden Zug an, der gestern aus dem Ausland eingetroffen ist. Jim. Nachfrage zu Dubai von Mary White an Strickland Hall. Nachfrage zu Dubai. Strick, mein Bericht über Dubai ist fast fertig, aber eine Frage habe ich noch. Wie sah die Befehlskette aus? Mac hat die Operation geleitet, aber Jensen hat allein gehandelt. Ich kann keine klare Analyse erstellen, wenn ich nicht weiß, wer wer ist. Danke, Mary. Hallo, Mary. Könnten Sie den letzten Satz in Ihrem Bericht aufnehmen? Es ist sechs Monate her und alles ist nach wie vor unklar. Miller hätte einschreiten sollen, aber er hat diese Unklarheit überhaupt erst verursacht und sie führt zu Spannungen in unserer Abteilung. Jensen sagt einfach nichts dazu und alle anderen sind froh, wenn das so bleibt. Fast alle. Es gibt da so ein witziges Arschloch, das keine Optis mag. Ich habe einen Verdacht, wer es ist, aber ich werde ihn für mich behalten. Mac ist es jedenfalls nicht. Der ist für so eine Scheiße viel zu sehr Profi. Tut mir leid, dass ich nicht mehr beisteuern kann. Das ist weg. Das wollte ich gerade sagen, der Mac ist doch das wahrscheinlich. Aber gut, der stinkt ja zwar mal rum, aber es scheint ja auch schon in der anderen Seite. Wir haben immer noch zu wenig Informationen über die Bahnhofsbomben, aber es werden immer mehr. Dass der durchaus Profi genug ist, um das auch mal im Kühlenkopf zu beobachten. Dann waren wir hier schon überall. Ach, hier wird der Bahnhof noch analysiert. Also, Wahnsinn. Dieser Tisch, also ist so cool. Hat es hier noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Hier ist die Bar, die Küche. Da waren wir schon gewesen. Das heißt, wir können in die zweite Droge. Wir haben es löscht. Adam, Sie haben es geschafft. Freut mich, dass Sie okay sind. Hallo, Aria. Ja, es war ziemlich knapp. Ich hatte Glück. Viele andere nicht. Ich habe hier gearbeitet, als die ersten Berichte reinkamen. Chaos, klingelnde Telefone, schreiende Menschen. Alle wollten wissen, was passiert war, als Miller sagte, dass sie dort sind. Ich bin okay. Gut. Suchen Sie ihn? Er hat nämlich gerade zu tun. Konferenz mit Leon, glaube ich. Wirklich? Er benutzt gerade das NSN? Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, ach ja, das hier ist für Sie. Was ist das? Die Karte für den Schießstand. Chang hat heute früh alle Codes geändert, weil nur Leute Zugang haben sollen, die er selbst überprüft hat. Der Anschlag hat ihn panisch gemacht. Der dritte in sechs Monaten. Ist das zu fassen? Ich bin wirklich froh, dass Sie okay sind. Danke, Aria. Dann überlasse ich Sie mal wieder Ihre Arbeit. Ja, ich gehe lieber wieder runter. Das wird ein harter Tag. Kommen Sie vorbei, wenn Sie reden wollen. Verstanden. So, dann haben wir auch noch Aria kennengelernt. Und ich würde sagen, für die Folge passt es dann erstmal. In der nächsten geht es dann weiter. Vielleicht noch auf den Schießstand. Auf jeden Fall mal zu Miller schauen. Und ja, vielleicht auch nochmal mit Aria sprechen. Mal schauen. Ciao. 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 Ciao.